Hier werden die Roten also die nächsten drei Tage ihre Trainingseinheiten absolvieren. Zwei Tage allerdings unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Und ich werde jetzt schon mal so ein bisschen den Rasen präparieren. Schöne Grüße an Michael Fronzek. Saftiges Grün wird Sie hier erwarten. Und vielleicht ist das auch eine richtig gute Möglichkeit, um den ersten Dreier am Wochenende einzufahren. Für Sie vor Ort in Hasewinkel, Jurek Rohrberg, SkySportNews.at. Untertitelung des ZDF für funk, 2017